Ich bin fest davon überzeugt, dass jegliche Kunst schon existiert, irgendwo. Du musst es nur absaugen und je nachdem wie gut dein Radio eingestellt ist, so besser kannst du es empfangen. Und mein Radio ist am besten da draußen eingestellt. Wenn du den Planeten aus dem Weltall siehst, siehst den blauen Punkt und außenrum ist nichts erst mal, wird wahrscheinlich komplett dein gesamtes Weltbild durcheinander hauen. Ah, jetzt kommt der Gerd. Wannst du mit dem Teufel tanzt, wannst du mit dem Teufel tanzt, dann brauchst du gute Schuhe. Wannst du mit dem Teufel tanzt, dann brauchst du gute Schuhe. Und irgendwie ist es schon dieses Gefühl, wenn es mal vorbei ist und du denkst zurück, ist das ganze Leben schrumpft womöglich auf einen Moment zusammen. Und der ist, wie er ist, so wie du dein Leben gelebt hast. Das ist, wie es bedeutet. Musik